Wir sind in der Tat gerne und auch guter Gastgeber für Fußballcamps. Wir haben so im Sommer drei bis vier Mannschaften, Southampton war letztes Jahr, Steau Bukarest, Al Hilal, also unsere Köche wissen, was es zu tun heißt. Der Wellnessbereich steht zur Verfügung und wenn es sein muss, bauen wir auch die Kraftkammer um. Wir freuen uns, dass der FC Red Bull Salzburg seine Family Days bei uns in Werfeneng verbringt. Es ist wirklich eine große Ehre, den Meister da zu haben und wir haben uns eine Menge überlegt, dass wir ein schönes Rahmenprogramm bieten mit Bungee Running und Frisbee Golf und Riesenski, also wirklich ganz viele tolle Sachen, von Teambuilding bis Geschicklichkeit, alles dabei. Spektakulär und spannend geht es weiter mit Tandem, Paragreitflügen, Schlitten gefahren wird und morgen wird noch Ski gefahren, Schneeschuh gewandert. Also ein buntes, tolles Programm für unsere Fußballer und wir freuen uns, dass sie da sind. Es macht sehr viel Spaß, alle sind locker drauf, gute Laune und Schnee ist auch genug da und es macht Spaß. Das ist eine sehr schöne Gelegenheit, um sich besser kennenzulernen und Spaß zu haben, bevor wir in die Frühjahrssaison starten. Dieses Zusammenkommen ist sehr wichtig für uns als Team. Ich bin sehr froh, hier zu sein mit der ganzen Mannschaft und dem ganzen Staat. Was mir am meisten Freude bereitet ist, diese Schneelandschaft zu sehen und live zu erleben. Das kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen und jetzt bin ich hier mit der Familie und darf das Ganze genießen. Es ist echt wunderschön. Und es ist sehr lecker. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war wunderbar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ohatore! Oh crops ﷺ! Voldemów! Oho! Hund тут cleans! Hearth.